So Leute, willkommen zurück zu CSGO. Ich habe die letzten zwei Runden einfach mal nicht am moderiert, einfach weil ich es konnte. Und ja, Florian ist da, der Örmel, Ratchet, Clank und Florian. Ja, komm gleich kurz, ich muss kurz unten durchsangeln. Ich knife ihn, ich knife ihn, bleib stehen! Putz. Und tschüss. Achso, ich wollte... Ja, Alter, sie spielen einfach in der Aufwärmphase mit Autos, aber das ist schon echt arm. Ja, okay, in dem Server geht erstmal nichts rein. Aha. So, 3, 2, 1, Kiste wird geöffnet. Gib mir eine AWP Asimor, Gaben. Do it. Eine Nova Antique, Alter! LOL, geil! LOL. Schlicht. LOL, nice, Alter. Was ist die? Was ist das? Was ist das? Einer ist er probt, LOL. Ey, Florian! Guck mal in Chat. Dann kannst du auch hier mal eine AWP contracten. Ja. Nein, ne, weil ich hab schon eine P90 Trigon und eine Akka Redlane. Hab ich gestern nicht so. Oh, oh, Sitz. Läuft ja. Okay, ich... Machst du jetzt gleich mal alle... Ich... Also bei jeder... Also... So lange ich Geld habe, mach ich bei jeder... Bei jedem Runden Anfang und Runden Ende. B... B. B. BBB. BBB. Den Channel reset it. Der Channel reset it. Ja, ich habe gerade geedited, weil Philipp mir geschrieben hat, wir sollen in die Aufnahme 1 gehen. Der hat mich angestupst und ich habe jetzt einfach den Channel auf die Aufnahme nicht zu stören. be rasch my friends ja block es kommt einfach keiner in der durch so schnell rasch 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 go 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 oh einer Sven oh lol der hat mich übel umgeboxt der eine nice ja block alter easy einer ist Achtung steht da einer ist Achtung was ist der für Schellen verteilt mach ihn down Florian alter lol also dieser André ne der verteilt die Flickschellen haha Hardcore der tut den Schalldämpfer von der USG der macht der hat ein der weißt du der gibt dir einfach Schelle fiel man so der gibt dir einfach Schelle fiel ja gleich du hast den arzigen kill koch drauf ich glaub er hat die M4A für Asim auch zu kontrakten was wollen wir tun was wollen wir tun er hat nämlich eine Swap auch zu kontrakten ich hab jetzt aber ich hab jetzt schon mal drei pinke Waffen aus der Phoenix Kiste ey wie geil ist das denn und das innerhalb von zwei Tagen jetzt drei pinke Waffen deine nächste skin wird sterben oder Leute wir haben Smoke in die lol ach man alter was hat er für einen Timeluck kitchen 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 wir können ja kurz von unten nicht machen Florian warum stehst du da rum lol Florian gibt ihm den Luckerflick alter den Luckerflick alter so Karl können wir gar nicht kaufen war auch einer gelegt Florian guck achso Florian was ich vorhatte ne dass ich mir nametag Dinger kauf und dann halt echt genau und die die mir was was spenden da darf ich da schreib ich dann das drauf was die wollen also wenn du irgend geil nachfällst für die ja du bist der schlechteste spieler EU ähm was ist beim channel wieder geändert ich hoff nicht Sepp warum geben wir so ne Leute aus also wenn dir irgendein cooler Name für die Vulcan FN einfällt kannst du mir sagen da hab ich nen Nametag drauf mach doch irgendwie keine Trage oh einer war weg down also also Jungle ist auf jeden Fall Schautes Kirche ne oh Mitte 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 oder ja Mitte glaube ich der letzte 80er nice so 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 ja Kartoffelmesser halt ja Kartoffelmesser das war Kartoffel schälen aber voll geil angemalt alter damit würde ich keine Kartoffeln essen ja aber auch jetzt habe ich habe ich aber auch geschenkt bekommen muss man ja dazu sagen Lebensmittelfarbe Hardi oder normale Farbe lol keiner kommt Mitte ich geh Weinkeller ok also oben ist auf jeden Fall nicht hä na passte ich hab's dann eben geämpft wo ja unten ja wieder Tufel bitte drängen unten down ich hab zu einer einer kommt ins Weinkeller lol echt geht's ja was hat der denn für ne Range mit Nova Nova ist Biest ja ne wenn ich mit Nova hinein stehe ich glaube ich null Alter ja der Nova Typ ist down oh ich hab ihn gesehen wo ist der warte ich rasch ihn um ja er war hier raus Alter wie viel loll was hat der geschluckt alter von mir alter übel wie viel hab ich ihm gegeben ein Flick Headshot wie viel hab ich ihm gegeben 72 78 in 2 ne doch hä 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 ja ey dann hast du mindestens viermal getroffen ey lass mal A gehen ja das ist ja im Server ist halt russenserver im Server geht nichts weiter ich versuch mal nehm mal was machen wir auf A oder was okay oben nehm mal gehen wir auf A wir gehen auf A ok grün geht vor ich hab die Bombe ich hab die ABP du hast die Asylmorph Asylmorph die Asylmorph oh easy weggepickt äh jungles keiner okay ich push ich push auf A rauf tschüss lass mich oh lol siehste perfekt perfekt gepusht o lol ct oh lol ct ct keiner tippt mich doch nicht laczek ich box ihn um pass auf ehh die Asylmorph lol der ist low 17 ap wo ist die Spieltik mit dem Scheiß der ist low ist schon tot 17 ap tscher jungle war einer jungle jungle lol die nade alter ich bin Örml wo ist die AW wo ist die AW wo 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 oben oh da wo ich ja ich hab aimbot angemacht tut mir leid Ey, darf ich mit Awe mitte pieken, darf ich? Ja, Hadi, wo bist du? Ja, cool, dann geh mitte pieken, dann... Achso, oh, ne Asylmorph, jaaa! Lieblings... Ich geh mal oben bei Adern raus, ja So, ich würd sagen, äh... Ah, ich hab die Bombe, Leute, hier, nehmt mal mit Lila muss Bombe mitnehmen So, Florian geht vor, ein Stück als erstes Okay, in Mitte seh ich nichts Ja, geil, sie ist vielleicht schon direkt... Ja, sie kommt gepusht Auf A, oder was? Oh nein, ich bin so failed, nein! Florian, es tut mir leid Florian, der hat die Asylmorph gepickt, Florian, hätt so aber holen können jetzt Bis dahin? Der ist durch Connector wieder durch Mit der Awe, aber lol, ja, Lila, was machst du? Lila hat den krassen Lack of life, oder was? Ja, er hat einen 130er Ping Der kann doch trotzdem was machen, oder? Ja... So, jetzt geht's hoffentlich wieder Ich kann ab einem guten 70er Ping nichts mehr machen Lol User joined your channel Oh, das ist gut Da war einer Der kann jetzt... Warum hängen du? Sorry Ah, irgendwie nix hütschen So Lol Kriegst du So Ja, kommst doch zu zweit mit ner Op, Alter Alter, die haben jetzt drei AWP's Ja, dann gehen wir auf B-Rash, oder? Wissen nicht, wär doch sinnvoll Ja, sollen wir so mit P90 und so? Ja, ich geh mit AK-Spray rein Okay Ich glaub ich... Ja, ich spiel jetzt mal P90 so Oh, ich könnte auch mal P90 spielen, weil ich ja jetzt ne Trigon hab Könnt ich auch machen Kann mal einer flashen, dann geh ich vor Ja, warte, ich flasche Ja Oh, lol, Fail-Flash Oh, nee, lad mal so rein Was ist los? Ich sag nichts, du spielst nicht mehr mit, oder? Weiß ich nicht, mal gucken Ja, wenn du willst, kannst du mitspielen Ja, okay Dann denk, ja doch, mal gucken Verplante Oh, ja, ich hab die Wohnung nicht, haha Ich geh Kitchen gucken Yo, Kitchen Winer Alter, ich geh... Oh, ich hab zu früh aufgehört zu schießen Oh, sogar die... die Teardown Die einzige... die einzige... Der, der, der letzte ist, ähm... Die einzig pinke Farmers Save, save die Asimov, die ist links, rechts Der ist Swiss Brauchst du mir die, Florian? Mhm War das ein Ja dann eigentlich? Ja Lol, was willst du haben? Steh hier, Florian, hier AK Links von dir Ey, will jemand P90? Ja, tauschen gegen AK Ja Easy Waffen-Trade Jetzt hat sie... Äh, ich geh auf Mitte... Ich geh auf Mitte... Ich geh auf Mitte, okay Ja, sollen wir mal Mitte durchpushen? Ja, ja, wollen wir probieren? Ja, dann Flash... Achtung, ich Flash Connector dann Oh, einer war Fenster! Oh, mein... LOL Ich hab halt meine Flash gefällt, leider Ja Ja Ich guck... Ich guck dir jetzt zu, mit der... Ah, du orbst jetzt mit der AK Ja, mit der AK Oh, ja... Einer war mir kurz Das war jetzt zu... Ich bin immer noch... Hinten! No Scope! Ah... Einer hat ein HP Ey, ich würd die Sandwich... Der untere hat ein HP, der hat ein HP, oder? Warte Let's up... Mitte ein HP Ja Mitte, Mitte, Mitte Warte nach und lauf Jetzt... Jetzt geh wieder hin Push ihn Ich komm gleich wieder Und er fickt ihn Und er fickt ihn Warte nochmal Ja, der wird jetzt auf A Grenze oder auf B Ich würd sagen, du gehst auf B einfach Straight Nimm mal steppen Dann smog mal lieber nicht Dann weißt du ja, wo du bist Smogs, dass du da bist Und durch das Waffen-Swagen Was auch wo du bist Smogs, dass du da bist Bombe hat geplant Ich fahr mit Smogs Ich fahr mit dem Ich fahr mit dem Dann wir vielleicht das ist Waffen-Swagen Ich fahr mit dem Ich fahr mit dem Ich fahr mit dem Nice. Safe die Auge. Also, ich würde sie besser finden. Immer die Auge in mir, danke. Bärmachsam. Flor, was machen wir? B, A, C? Ich hole den Lassmittel weg, wenn der wiederkommt. Lass mal B gehen. Ich bin nicht mehr beißen, mit was anderes mach ich nix. Wenn wir da. Mein Pin geht jetzt wenigstens wieder. Ich musste kurz diskutieren. Mit wem? Mit den Kollegen, was da war. Weil, ich gesagt hab unten nämlich. Okay, toll. Sorry, sorry. Die Nate hat er gefressen, auf jeden Fall. Hier kommt man zu unten. Die sind zwei gestalten, so nicht nix switchen. Sonst geht's hier aufgeregt mit einem Aufnahmechannel bla bla bla. Das sieht man aber nicht. Ich hab ein Problem. Bitte kommt raus, bitte kommt raus, bitte push. Danke. Oh, einer ist noch wenn, ja. Oh, lol. Das Shotgun Jump Shots. Apartment. Geht ja nicht went, ja nicht went. Und einer be on spot noch. Be on spot, on spot, on spot. Führern, on spot. Lol. Wo ist der? Der in Apartments. Der läuft zurück. Na, der ist links. Der geht runter. Geh mal zur Bombe auf Plante. Der kommt jetzt wieder. Der kommt jetzt wieder, der steppt. Egal, Plante einfach. Renn schnell auf A, Renner. Nein, wieso? Plante doch. Schafft, oder? Ah ja, oder so. Florian, mach die Tactics. Schieß mal ein bisschen. Schieß mal in den Holz rein. Ich triggere den gleich einfach weg. Puss. Schieß mal so. Gut. Ja. Schieß ich nicht mehr aus. Oh, läuft. Ratchet, dropp mal. Du hast Geld. AK oder so. Ja, ich kann auch legen, wenn jemand möchte. Ja, AK oder AWP ist mir egal. Ja. Ne, ich hab'n AK. Ist auch nicht. Ja, ich kann immer drop, weil ich bin nett mit zwei zunächst. Ardi. Oh, sorry. Nice, danke. Okay, das Luck ist real, würde ich sagen. Ich hab' die Bombeflur rein, hier. Geh' mal. Ich geh' Mitte peaken. Geh' auf B, geh auf B, geh auf B. Ja, Mitte ist keiner. Achso, dann geh' ich auf B. Warte, ich puss dich. Ich hab' auch, okay. Egal. Ja, OP. Geh' mal mit, ich deck dich mal. Oh, er hat die Ferse schon ausgelöst. Nein, Mann. Nein. Ah, geil. Ich hab' erstmal verstanden. Einer im Dungle. 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 Einer müsste aus Kitchen rauskommen. Kitchen ist einer. Wenn du. Nice. Das war der, glaub' ich, sogar. Ich pushe einfach mal hart. Dann kommt jetzt das Connect daraus. Down. Ich bin aber low. Aber richtig low. Geh' mal hoch, da. Hinten. Apartments, ne? Apartments, oder? Lo, let's low. 5 HP. Zwei hinten. Letzten zwei Apartments. Schmeiß' mir Granate hoch, einer von euch. Eine kleine Granate. Was? Wo, da hoch? Ja, schmeiß' schnell. Oh, oh, oh. Bitte, bitte, bitte. Nein! Oh, ich wollt'n Jumpshot machen. Schade. Ich hab' ihn aber getroffen. Der hat noch... Apartments. 25 einen Einen hab' ich nicht gegeben. Scheiße. Geh' schnell auf B, renn auf B, renn auf B, renn auf B, renn. Du siehst ihn, du siehst ihn. Renn und töt' ihn. Aus'n Fenster gucken. Lenk' jetzt Fenster. Lenk' jetzt Fenster. Jetzt gleich. Da. Oh, ja. CZ. Ja, ich hab' ne AWP. Achso, okay. Ich hab' mir genau so geplantet, dass... Floßel, der AW. Na, na, na. Ja, das ist gut. Frau, das HDSU spielt Commandos Crew. Hm. Wir ziehen einfach eiskalt ab. Ich glaub' ich spiel' öfters Bison, weil ich druck' nur mit Bison. Ich hab' den Kopfschweiß. Boah, 5. Boah, 5. Ich hab' ihn. 0 Kills gehabt, jetzt spiel' Bison. Was soll' ich Bison? 5, 6, oder? Nicht bester, nicht bester. HARDHIT! Also, einer war in diesem Sniperspot, da hat, äh... Beihit. War da einer? Bei Wenden? Ja, der hat Beine. Linksgegangen. Aber keine Ahnung. Der ist unten. Ohne gar nicht. Ja, warte. Die Nate frisst da. Jo, die Nate hat auch gefressen. Die nicht. Die war zu kurz. Endung! LOL! 9 in 1? Was? Ja, ich kann nix tun, wenn keiner nach hinten schaut. Oh, Florian, lol. Oh, Florian, lol. Oh, Florian, lol. Komm da rein, guck finster. Oh, Florian! Oh, Florian! Ja! Guck mal von hinten. Ich hab keinen umboxt, alter. Box, 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 lol. Don't pick the orb. Don't pick the orb. Fuck you. Sohn, sohn. Warpiss dich! Egal, ich hol den jetzt in der Mitte weg. Ich hab kein Money. Hab die, hab die A. Deine von euch machen? Ak, ak. Ne, ich will keine A, aber. Ich drück nicht mit A, aber. Aber, please. Ich will eine ak, dankeschön. Ja. Ja. Ja, hier ist auch noch ne. Ich hab schon, hab schon. Ja, da. Nimm du die A, nimm du die A. So. Lass nur auf A gehen. Wir können sowieso nicht mehr B gehen. Ey, ich kitz ja K. Können eh nicht mehr B gehen. Hallo! Ja, ich will den Mitte-Typen picken. Ich geh mit, ich geh mit auf Mitte. Doch, ich geb Carry auf Potter. Äh, ja, Carry auf Potter. Genau, Alter. Okay, Ana ist, ähm, vier. Ich push mal Mitte. Ich push mal. Oh, einer. B kurz, B kurz. Ich flash, B kurz. Achtung. Oh, der ist vollflasht. Hoffentlich. Der ist vollflasht. Der ist vollflasht. Oh. Von wo hab ich jetzt gefressen, gedrückt bekomm? Ich hab's nicht gesehen. Schwarz. Short kommt gleich raus. Ja, klar. 2-Shot. Lol. Lol. Fick das denn. No skip. Wenn du ist letzter Jungle. Bleib stehen beim Schießen. Sliperspot. Kommt nicht mehr. Oder drückt er jetzt noch. Nice. Ich hab den No skip verteilt. Halt. Das war grad richtig schlecht, ey. Erstes Server, wo ich mit Orb aus hinbekomme. Das ist echt komisch. Hat auch einer gelegt? Äh, lass den NLBs scheiße. Ne. Okay. Ey Hadi. Hinten. Ja. Ohne Scheiß. 2. Da sind 2. Einer. Loll. Loll. Oh Gott. Einer noch kurz. Ja. Da kommen wir jetzt hinter dir, bitchy. Oh. Oh. Ey, wie der drückt mit der Nova. Das ist ja übel. Ja ist so, ey. Wenn ich mit einer Nova spiele mache ich zu. Ja. Standard Nova. Noch als mit CZ das Ace. Das 4K. Oh. Da gibt sie noch Hedda. Ja. Oh die Bombe liegt sogar. Hinter dir. Und du sollst nachladen. Ja. Ja. Tade. Scheiße. Das ist jetzt nicht Alter. Wir sind nicht Munitions. Leider. Wir sind nicht. Ja. Jetzt haben die wieder gepatcht, ne. Wir gehen jetzt A. Ja. Kann man legen AK? Pro AK place? Ja. Da liegt ne A war einfach. Dank für die AK. Die ist für mich. Dieser Switch. Gehen auf A, ja. Ja. So und der AWP die Bombe zu geben ist vielleicht nicht so schlecht. Genau. Ich hab nächstes G. Das ist noch dümmer. Einer down. LOL. Der Heddy alter. Meine AK. Hat niemand Schuss abgefeuert damit. Oh lol ne AWP. Die Jungle. Der hat noch 40. Jungle 40. Ah ok. Ja. Habs gemerkt. Die sind im Türrahmen hängen geblieben. Das ist nicht so geil. Ich shot Jungle. Ok guckst du die Jungle? Ja gut. Einer sollte die Connector schauen. Ich kann oben gucken. Hier dieses. LOL. Ich hab noch einen Punkt. Treppen und Jungle. Jungle 2. Nice. Einfach so. So ein Querspreader und so nimmst den Linken nicht den Rechten. Ok. Ok wir sind zu dritt erster. Hier deine AWP. Hinter dir. Jetzt. Gib mir die AK. Gib mir die AK. Gib mir die AK. Nein ich war es hier. Ja hier ich nehme sie. Oder danke. Oder für wen ist die? Ja da liegen doch. Wir müssen noch zwei AKs liegen. Ja wurscht. Wir gehen auf A oder? Wurscht. Achso. Pizzi. Du hast ja die AWP. Ja nein ich wurscht. Er haben die AWP gegeben. Und das mit mir die AK. Ich wurscht. Ja dann haben wir das auch schon schnell. Nein ich werde die OP. Ich werde die OP. Ah. Oh Kiste. Oh Gott. Oh Leute. Leute überraschen. Ja ich hab halt nur Pistole ne. Nicht Step. Scheiße ich hab nach. Ey das Timeluck. Das gibts nicht. Der legt gerade nach. Jo. Dreh auf mich mit der MP. Nee. Oder wusstest du das für Scheiße. Oh einer war. Stiers. Stiers. Im Scheiß ist das Stiers. Oh Florian. Oh Florian. Nice. Florian. Kickt einfach alle. Get up. Get up. Get up. Ja bevor ich dann nachlade wechsle ich zur Pistol. Ja klar. Ja den Fehler mach ich ja oft. First kill. First kill mit der Ding. Mit meiner. Mit meiner neuen Franklin. Ja ich würde mit dir decken. Ich geh auf A. Ich geh auf A. Ich geh auf A. Ich geh auf A. Spiderman. Also ja über Sniper würd ich jetzt gehen. Ihn hat man noch ja. Ich hab noch mehr Smokers in case. Aber zweite Runde wechs ok. Man liefere Amazon. Also wenn wir die Runden holen dann Spiderman. Ich smoke action. Wenn jetzt der Lalebee. Ja bist. Ich geh schon mal zum Fips. Ich guck Palast. B. 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 Und ich bin tot. Jawohl. Ja. Ich lieb dich das. Oh der Tech drücker. Der Tech drückt würd ich sagen. Kann man sich ja eigentlich hoch pushen. Geht das? Ja klar. Geh einfach nichts rein. Alter. Oh Gott das ist so dumm was ich sag. Ja ne wie der drückt dieser Hurensohn. Und wieder negative Steps. Nicht steppen. Alter. Was? Ich defuse oder? Ne. Nein lol man. 32 und 2. Ja die letzten zwei sind sonst kurz. Einer ist kurz Achtung. Oder war es Kitchen? Ich weiß es nicht. Ja das war kurz kurz. Schaffte das noch? Ja klar schaffte das. Ab jetzt. Knapp. Aber 10 Sekunden. B. 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 Ich mach 5 7 oder digital. Ja was du willst. Sonst geh ich auch. Ja dann guck ich da es einfach runter. Ok. Pussy boost mir bitte. Snap. Spiderman. Ja aber ich hab' ein Snap. Das ist irgendwie zu gut. Es ist egal oder. Ich guck' aber Palast nach oben ok. Na macht das mal. Oder soll ich woanders. Ne ne. Einer ist schon. Danke Flo. Ja was soll die machen oder du sich das müssen. Du musst mich schnell aufrecken. LOL, was war das denn, Alter? Der 1 ist richtig low Nee, haben wir da unten verkackt Er macht der easy jetzt, easy Ja, aber da musst du Smoke kaufen Wer unten ist, müssen wir uns abstellen machen Der andere muss Smoke kaufen, weil der explodiert wird Jetzt können wir es leider nicht mehr machen, jetzt haben wir es schon gesehen Ja, den haben wir gar nicht gesehen Da rechts war einer, wir haben nicht gesehen Und in die Warner Da rechts war einer, Alter, bitte Boah, küsse Ja, das war ja rechts, nicht gerne Das war längs Das war ein anderer Bei dir ist ja mal nie was zu sagen, aber du sagst immer so wie Scheiße Keine Eko Ja, das war ja rechts, Jana Na mal, das ist total Eko, nicht Alter, drei Leute kaufen, wenn wir Eko sagen Hä, ich dachte nicht Eko Lol, hab ich alles verstanden, es tut mir leid Ja, ne, es klang aber so ironisch irgendwie Und das, ich muss kaufen, weil sonst ist B sowieso gleich weg Oh, Flash of Action Ja, komm schon mal Oh, Hilfe, oh lol Ja, man, Alter Ja, aber der plantet Einer steht unter dem Holz Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Nein 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 Was? Das war eine fucking Millisekunde Ohhhh Scheiß, Alter Oh, das tut mir leid Ja Florian Nochmal Eko, oder? Ja Alter Florian Man, der Ninja was real Oh, come on, come on Oh, er stimmt ja, er stimmt ja Wir haben halt Freitag den 13. Oh, 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 oh Ey, aber Lad das hoch, lad das hoch Schnell den raus und lad den hoch Und schreibt drunter Freitag der 13. Ja Ja, B Ja, B Ja, B Ich glaub ja, B Ja Ja, aber wie die Smoke einfach zu weit gegangen ist Ja, er gibt mir halt einfach mit der Nova durch die Smoke Jo, ich bin der Letzte, easy Ne, steppen, Flo Ich hab nicht, ich bin geschlichen, du, Loh Und sie hat gesagt, das war der Gegner, nicht ich Wtf, das ist voll Ich hab nicht gesteppt Ja, dann war das wahrscheinlich wieder so ein Sound-Bug, oder? Aber ich bin die ganze Zeit geschlichen, aber wenn man gar nicht darum ist, ich Ja, komm, Alter Ja Wir werden jetzt kaufen, oder? Ja, ja, ja Kaufen, kaufen, kaufen Was kaufen? Also, mehr MP oder? Ne, ne, kaufen Mehr MP oder? Ja, mehr kaufen Ja, sorry Aber ich Kaufen halt Das ist groß Ey, ey, Clank kannst du vielleicht Mitte gucken Oder der Typ mit der Autosniper, guck mal bitte Mitte, ja Ich glaub zwar nicht, dass da jemand kommt, aber weil die waren bis jetzt noch wieder Ich hälte mal Blau auf B Flash wieder auf A Yo Eine ist Low auf A Ja, Mann, Palace ist einer Low, aber dann mehrere Eine Palace ist Smoke Scheiße Einer Palace um Ah Einer kommt von links Ja, die Palace Alter Florian setz dich drauf an Ok, ich hör jetzt auf dem Metap, sorry Hä, wieso? Mach doch Loll, wie klar Rechts, rechts Hinter der Kiste, glaub ich zumindest Ne Oh, der kam grad vor, Alter Nein, das wollte ich nicht Ja, egal, der füße einfach Die füße einfach und dann pick die ab Okay Ninja Nein Nicht viel flasht, Alter, ich brauch neue Außen Oh, der macht aber die Scheiße auf Augen, ne Ein neues Paar Augen bitte für den Herrn, der was geflasht wurde Ja Soll ich weiterversuchen, Ninja Musst du da wissen Ja, die wüsste nicht zu dem, was du bist Wie willst du spielen? Ey, Autosniper kriegst du da Mitte? Ich weiß jetzt grad nicht, wo die hat Warte, ich mach mal Was? Ich versuch's einmal auf A diesmal A auf B, auf A, ja ich versuch's auf A Aber ich brauch nur einen Spot Zumindest Hier auf B, 100 Pro Ja, glaub ich eigentlich auch Ja, B, ich denke auch, aber ich denke, er steht schon fest, würde ich sagen Mitte ist nichts Ja, B Okay Alter, wow, diese Nova, Alter Einer Weinkeller, Achtung Ja, hä, wie, die sind schon On-Spot Einer Weinkeller Einer Weinkeller Einer Weinkeller Also der ist halt auf A gegangen Kassier halt so Die richtigen Bretter von ihm, Alter Was ist das? Ja, Fips, du bestippst sowieso instant Ich bringe den Dicken und kipp da Der kommt, oder? Seht ihr auch ne Arme, Mann? Die Nate, Alter, oh nein Jo Thorin, der war durchgang bei Jungle da Der hat jetzt Auto-Snapper So Du bist sowieso jetzt down, wer die gehört hat Naaah NEIN 50 Ja, jetzt haben die Auto-Snapper Jetzt müssen wir auf jeden Fall das spielen Ich mach eine Echo jetzt Oder kann mir einer liegen Nee Ich brauch nur ne Ding Nee, UMP Ja, okay, kannst kriegen Wo bist du? Ähhh Über Den drüber jetzt Schmeiß einfach Danke Ne Blaze Ne Blaze Ja, die hab ich mal random gedroppt gekriegt Über der Mission Die haben wieder auf Action geflasht, glaube ich Jo Mhm Und Pell ist auch ganz viele Steps Ja Alter, was der drückt Der gibt mir den Double Head Oh, zu Sniper is Seri, glaube ich Was ist das? Oh, sorry Scheiße, Mann Äh, ich hab den Double Kill gemacht mit UMP, gell Double Head Äh, Fips, schau mal mir zu Ja Was ist das für ein Server, Junge? Ich treff den Ich treffe den Mann, das ist schon auf so einen So Okay Also einer war Einer war Einer war Ja, die sind alle weh Die haben die Plainsys, Junge Nein, ich will Ja, einer war an Van Lol, ich geh halt nicht kaputt Oh, das schaffen wir nicht mehr, oder? Zu deiner rechten Zu deiner rechten Ne, links Ja Lass mich defusen Ja Defusing the Bomb Geht sich aus Geht sich aus Hat er? Doch, geht sich aus Haha Beibracht Ich bin da Ja, kann mir vielleicht einer was legen M4A oder so Ich kann dir M4A, na gut Ja, ich leg einfach Ja, soll ich schon legen, oder wer? Ja, ich hab schon Ich smoke mal Palace direkt zu, okay? Ja, wobei, ist der Vorteil für die Das wär dumm Warte, warte, hier Ich smoke einfach direkt Action Dann können die nicht auf Action kommen Yo Action auf Flash Äh, Flash auf Action meine ich So, Palace ganz viele Steps Einer down Ah, einer noch, Palace low Na gut, 6 Na gut, 44 hat er noch Ne, 646 Er hat ne SG, Achtung B, B Warum switch ich eigentlich einfach gleich? Ja, switch auf B würde ich sagen Ne, aber warum switchen gleich alle auf A? Die Bombe wurde nicht mehr gesichtet Ich war mit dir und hab den Arme da bei Palace gefickt, sorry Na, du bist der, aber warum dann der Arme auf A? Auf B für A geht Das verstehe ich gerade nicht Äh, sie mischt Ja, die ist der Die Miley Cyrex hat er sie genannt Ich ja Ich ich Ja, so nennen die fast alle irgendwie Ja Ja, ich nenn meine Griffin, Peter Griffin, mach ich auch Ja, wie der vor Ame unter da steht Ja, Bäm Ja, das ist ja Und der wird sich die Auto-Snapper picken Drawing Flashbine Was? Lol, beide Tee, beide Tee Ja, alter, fuck mit, äh Der eine, alter, was hab ich, ich hab bei nichts gedrückt, lol, zwölf in zwei, läuft Sock Der andere 28 Steck Ne, es sind über Tee-Gerlaufen nur eine Pompa, darauf achten, das ist ne Sourca um Das war meine Das nichts C Just Rock Leuchwồng ist W специ diese拜folk keeps H Himmlich Sie Ja Was ist? Okay, ist gut. Leg mal bitte AVP. Nein, leg mal M4, M4, M4. Danke. Jede Zelle, der mir eins kennt, ist glücklich. Mom. Jeder Cyrex hat uns hat alle so low. Gibt's nicht wegen dir, es schaut nur so aus. Was ist denn wegen mir? Hört nur so aus. Auf B denke ich schon jetzt. Ja, doch. Ich denke B. Ja, B. Ja, ich bleib A. Loll. Oh nein. Ja. Fuck. Jo. Was ist das? Sie sind in der Mitte gekommen. Und einer Stange. Sorry. Was ist er? Was ist er in der Mitte gekommen? Was ist er in der Mitte gekommen? Okay, gut. Wenn du jetzt in der Mitte gekommen bist, dann schau ich auf den Link. Okay. Kommt mal bitte. Wie steht der ceremony? Was ist ein Puh? Wie steht der Puh? Dan geht's. Der Puh ist jetzt in der Mitte gekommen. Der Fuse ist ECO Das ist Spray Control, Alter Weg, weg, weg Ja, ne, wie nix reingeht, Junge, what the fuck Das Spraydown, owa, mein, hallo Ja, ECO Äh, Forceball Clank and Drop, Mauslin Was heißt denn, was heißt denn Forceball? Komm, was geht Kann mir vielleicht jemand irgendwas schlägen? Ich gebe P90, ich wasche Pallets in Ordnung Ja, danke schön Ich rasche einfach Pallets durch und dann mal gucken, was ich gebe und was nicht Deploying Decoi Ich finde Indigo gar nicht so scheiße Smoke, ah, die kommen, ah, die kommen Ne, Minimalware Äh, okay, einer Pallets down und, ja Ja, genau, ey, dieser Huren so als einer Nova Einer ist noch Pallets, Achtung Zwei On-Spot Einer ist Low, 15 HP Schmeiß die Granate, alle Schmeiß die Granate hinten Ich habe keine Granate Hattet wir Granate? Ja, man muss steppen, hübsig Bom, wir waren übrigens bei Action links oben Aha That's my shield, oh, lele Eben Flächen und Obo ja nimmt 2 hat die Alta ich habe mich hier so jetzt schon dass du weg ist die bombe auch immer fenster runter oder so das haben wir jetzt gehört nice lol über was für range gibt der mit den dingen alter das ist voll die sniper machen ist sie wirklich aber weißt du was ich kaufe jetzt einfach wieder vor spiel oder was nicht machen weil ich stelle mich jetzt einfach auf auf b mehr nicht einer soll ja dann gehe ich wieder ich habe es weg wo gemacht ich hoffe ja die die werden wieder palace gehen ich werde zu palace weg schrotzen nein ich habe schon schon gesehen scheiße was einheitlich da gehört man p2 50 oh nein oh nein oh nein achtung drei palace drei und spots und eine autosniper das hast du ein bisschen zu spüren ich habe keine muni mehr tue mir leid das ist immer noch verlässt immer noch untergesprungen auch es die g9 die 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 er in der reihe es geht er hat bei mir ist vor fünf spieler ohne gewohnt und als unentschieden johann überhebte ich mich über zwei jahre ich bin um er hat nur mir aus K.B. K.B.: Cache Phasen Advanced Woods K.B.: Egal K.B.: Ja, Cash Game Game spielen K.B.: Ich will, Cash Game Game K.B.: Mh, Zimmer kurz, überlege, ob ich überhaupt mitmache, ich weiß nicht mich K.B.: Sicher, Discager K.B.: Wuhh